Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit dem Pure Wegweiser. Mein Name ist Bernd Tomaselli und heute mit mir im Raum Ann-Kathrin Freude und Martin Mangen. Wir möchten heute über die Wegweiser sprechen oder über den Wegweiser, wohin die Reise geht mit unserem Podcast und was die Themen sind bei Pure. Pure bedeutet ja pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Und das sind unsere vier Wegweiser, die wir heute besprechen möchten und euch einen kleinen Einblick geben, wo die nächste Podcast-Episode auch nicht kommt. Wir starten natürlich mit dem P, wie pflanzenbasiert, das ist logisch. Das ist der erste Buchstabe von unserem schönen Wort Pure. Und das pflanzenbasierte ist deswegen bei uns so wichtig, weil wir uns ja immer auf den persönlichen CO2-Fußabdruck zurückverweisen. Und wenn man den sich anschaut, dann sieht man einfach, dass man den allergrößten Einfluss auf den eigenen CO2-Abdruck hat mit der Ernährung. Und da ist eine pflanzenbasierte Ernährung einfach eine wunderbare Möglichkeit, um sehr, sehr viel CO2 einzusparen. Und wir thematisieren das insofern, dass wir euch tolle Alternativen zeigen, dass wir euch eine Community zur Verfügung stellen. Wir betreuen auch den Restaurantführer Vanillabien. Das ist eine App, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Da seht ihr, wo überall in Vorarlberg und der Region ihr vegane, pflanzenbasierte Optionen findet. Und wir informieren euch natürlich auch über die gesundheitlichen Aspekte, über die Nährstoffe, die da vielleicht wichtig sind. Wir geben euch wunderbare Rezepte an die Hand von der Daniela Leis. Die kennt ihr sicher auch alle. Das ist eine ganz tolle Köchin in Vorarlberg, aus Vorarlberg, die allerdings jetzt in Amerika lebt, aber richtig coole Rezepte zur Verfügung stellt. P, das steht natürlich an erster Stelle bei uns. Und nicht nur, weil es so viel CO2 einspart, sondern auch allgemein der ökologische Fußabdruck. Also mit der pflanzenbasierten Ernährung oder auch pflanzenbasierten Lebensweise allgemein ersparen wir uns wahnsinnig viele Ressourcen ein. Und das ist einfach der Hauptpunkt und weshalb steht das P an erster Stelle. Kann ich trotzdem jeden Tag Sojaschnitzel essen? Klar. Why not? Schon. Wo kommt denn das Soja her, frage ich mich da. Oh Bernd, das ist eine ganz fantastische Frage. Die kriegen wir immer wieder, weil man hat ja das Gefühl, Regenwald, Soja und Leute, die Soja essen, essen den Regenwald auf. Fun Fact. Das Soja aus dem Regenwald geht nicht in die Produkte für uns Menschen, sondern in die Tierprodukte. Also das wird Tierfutter für die Nutztiere, die hierzulande gehalten werden. Und das Soja, das wir essen, wenn du dein wunderbares Sojaschnitzel futterst, das ist tatsächlich Soja aus Europa. Und sogar hier am Bodensee wird Soja angebaut und funktioniert ganz fantastisch. Bodensee in Burgenland, in Liederösterreich, also sind ganz große Soja-Anbaugebiete und da wird Soja bezogen für die veganen Produkte. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt, super. Uh, für unverpackt. Uh, wie unverpackt. Und da geht es nicht nur um das Thema unverpackt einkaufen, sondern auch ganz allgemein um das Thema Zero Waste. Also beispielsweise um die Konsumentscheidungen, die wir tagtäglich machen. Da gibt es ja diese fünf oder sechs oder sogar sieben R's. Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle und Rot. Ich glaube, das waren jetzt sechs. Das sind tolle R's. Ja, tolle R's. Wo es einfach darum geht, sich die Konsumentscheidung bewusst zu machen. Brauche ich das wirklich? Kann ich es irgendwo tauschen, reparieren oder ausleihen? Das ist so die Entscheidung für den Konsum. Können wir in unseren Podcast-Folgen dann auch die Frage klären, ob vegane Ernährung mehr Plastik zum Beispiel, wenn es um Unverpackt geht, verbraucht? Das ist ja immer wieder eine Frage. Wo es heißt, ja, aber die Milchprodukte, die bekomme ich ja im Glas zum Beispiel. Das ist ja wesentlich besser, als wenn es im ganzen Plastik ist. Ist das ein Thema, was wir thematisieren können, wo wir Aufklärung schaffen? Auf jeden Fall. Also das hängt ja ganz eng auch zusammen. Also unsere Punkte pflanzenbasiert und unverpackt. Wie kann ich ankaufen? Und war es, ist es jetzt ein Fertigprodukt oder ein veganes Produkt? Das hängt ja eng zusammen. Und das werden wir uns natürlich genau ansehen. Das hängt wahrscheinlich dann schon nochmal darauf an, ob ich sage, okay, ich lebe als Fastfood-Veganer oder ich bin ein sehr ernährungsbewusster Mensch. Da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Aber das werden wir in sämtlichen Folgen, wo es um diese Themen geht, immer wieder gut und nachhaltig aufklären. Und es geht ja nicht nur ums Essen, sondern auch um andere Dinge. Zum Beispiel ums Energiesparen, Wasserstrom, Verwenden von Ökostrom. Also ganz allgemeine Themen, die im Haushalt vorkommen. Das ist auch ein ganz großes Thema für den Bereich da. Der nächste Buchstabe in unserem wunderschönen Wortkino ist das R, wie regional. Und da wird es darum gehen, wie kann ich regional und saisonal einkaufen? Also wo gibt es Wochenmärkte? Wo kann man vielleicht eine Gemüsekiste sich besorgen? Gibt es vielleicht Abhofverkäufe auch irgendwo? Was gibt es denn alles für coole kleine Unternehmungen, die in Vorarlberg besondere Dinge herstellen, die man vielleicht wo ganz anders gar nicht bekommt? Und kann ich vielleicht auch gewisse Dinge selber anbauen? Wie funktioniert das? Muss ich das wirklich bei mir alleine im Garten machen? Kann ich das auch auf dem Balkon, auf der Terrasse machen? Es gibt auch solidarische Landwirtschaft. Da kann ich mit anderen Menschen zusammen auf einem Grundstück Dinge anbauen. Wir stellen euch regionale Projekte und Initiativen vor, die auch super coole Dinge vorhaben und mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Es wird natürlich auch um Mobilität gehen. Gibt es vielleicht Alternativen zum Auto? Sollte man vielleicht öfter mal mit Öffis fahren? Gibt es Carsharing? Das haben Sie schon gemacht. Wie funktioniert denn das? Genau, da habt ihr schon, wenn ihr aufgepasst habt, gab es schon in der vorherigen Folge, haben wir schon das Carsharing thematisiert. Da waren wir mit Caruso im Gespräch. Hört euch das gerne an. Das ist super spannend. Da habe ich auch noch einiges lernen können. Und bei dem Regionalen geht es einfach auch darum, ich sehe, was ich tue. Also was passiert mit dem Geld, das ich investiere? Da kann ich direkt sehen, wie das umgesetzt wird. Und wenn ich Dinge kaufe, die irgendwo aus Bangladesch oder sowas kommen, da weiß ich nicht, was passiert da. Also werden da ArbeiterInnen fair bezahlt oder nicht? Wie sind die Bedingungen? Da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Also es geht im Großen und Ganzen auch in Bezug zu unserer Region, ums regionale Einkaufen, aber auch ums regionale Handeln. Wie verhalte ich mich in meiner Region? Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ethisch fair. Nämlich zum E wie ethisch fair. Genau. Und da ist natürlich ein ganz großes Thema der Punkt Fairtrade. Fairtrade-Produkte. Also fair und ethisch produziert und auch gehandelt. Das ist ein großer Themenbereich. Als Beispiel Slow vs. Fast Fashion. Das ist richtig gut gesprochen. Fast. Fast. Fast Fashion. Also schluckt dabei. Slow vs. Fast Fashion. Dann die Tierrechte und Menschenrechte natürlich auch. Das hängt sehr eng zusammen auch mit dem Thema Pflanzenbasiert Leben. Ein großes Thema, das wir uns genau ansehen möchten. Da kommen auch in Kürze ein paar Folgen. und natürlich auch wieder in Bezug zur Region, fair zur eigenen Region sein. Also kaufe ich jetzt alles auf Amazon oder vielleicht doch mal wieder mehr bei uns? Ich kaufe nämlich sehr, sehr, sehr. Ich gebe es vollkommen zu und das wird vielen HörerInnen auch sicher so gehen. Ich kaufe sehr gerne bei Amazon ein. Und da gibt es hoffentlich und ich denke und ich weiß es sogar Alternativen hier in Vorarlberg. Genau. Kommt in Kürze auch eine Folge. Lasst euch überraschen. Da muss ich schon Danke sagen. Heute haben wir uns ja doch ein bisschen jetzt kompakter gehalten. Es soll ein Wegweiser sein und damit dieses ganze Projekt Pure, der Pure Podcast überhaupt möglich ist, gibt es natürlich ganz, ganz viele Männer und Frauen, die sich darum kümmern im Hintergrund und uns da unterstützen. Und darum ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle schon mal. An die liebe Gerda, die Katharina, die Monika, den Patrick, die Sandra, den Walter, die Diana, die Beate und die Corinna. Ein herzliches Dankeschön geht auch hinaus und ein herzliches Grüeziwoll an die Printplus AG in Krisen in der Schweiz und auch ein Dankeschön an das Land Vorarlberg, die uns einen Startbonus, eine Startförderung für diesen Podcast und für unser Pure Projekt für den Verein auch gegeben haben. Also herzliches Dankeschön an euch, an Sie, an alle, die da mit dabei waren. Und wir haben auch ein paar prominente UnterstützerInnen in unserer Reihe, die uns bei unserem Crowdfunding unterstützt haben, das wir gerade gelauncht haben. Und zwar haben sie uns wunderbare Goodies zur Verfügung gestellt. Also vielen, vielen Dank an Nico Rittenau, Sebastian Kopin, Daniela Leis, Jerome Eckmeier, Löwenzahn und Endivie und Kimchi Christina. Danke vielmals. Crowdfunding, liebe Ann-Kathrin, das Stichwort noch, bevor wir gleich die Sendung beenden, Crowdfunding. Ihr fragt euch sicher eh schon, wahrscheinlich seit Beginn ihr diesen Podcast mitverfolgt. Wie kann ich Pure unterstützen? Wie kann ich Teil von Pure werden? Diese und noch viele weitere spannende Fragen, die beantworten wir euch natürlich herzlich gerne auf www.pure.jetzt. Da gibt es ein großartiges YouTube-Video, da bekommt ihr alle Informationen, wie ihr ein Teil werden könnt von Pure, wie ihr unterstützen könnt. Und natürlich neben der großartigen Homepage pure.jetzt gibt es weitere Kanäle. Folgt uns direkt jetzt, am besten bleibt am Handy, schnappt euch die Facebook-Seite. Ihr findet uns auf Instagram und ihr findet uns auch auf YouTube. Immer einfach nach Pure Leben in Vorarlberg suchen und schon seid ihr dort, wo ihr hinwollt. Lasst ein Like da, sagt es auch sehr, sehr gerne weiter. Ja, einfach vernetzen das Ganze. Macht Storys draus. Hashtag Pure Leben in Vorarlberg. Hashtag Pure. Einfach das Ganze schön weiter verbreiten. Und dann haben wir hier eine richtig schöne, große Community. Und ihr seid selbst natürlich jetzt hier im Podcast dabei. Und falls euch jemand mal fragt, Mensch, du, wo gibt es denn diesen großartigen Pure Podcast? Dann sagt ihm einfach, den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann Nora und Kücheity. Und dann gibt es, wir haben auch viel r ballot. Und dann gibt es einmal ein Beispiel, dass es und dich dann eine Rally photographer tut. Und dann gibt es eureenschaft. Und dann Neptacak Löpp vorallberg, ich auchっていう ja mogelijk last 54. Oder Anchor aboutFire.